Da gibt's Kaffee und Liebe. Kaffee und Liebe. Das ist lustig, wenn man das probt, dann ernt man gar nicht, dass dann alle lachen. Ich bin jetzt allein, das ist der Wirt, das ist aber fein. Und sie sagt ihn, kommst du zu mir, da kriegt er Schiss und sagt zu mir. Oh, Johanna, und dann wird ein Algen abgeschneidt. Johanna, das kann man auch sehen. Ey, wo ist denn der Wein? Ist der schon wieder leer? Die kann ja immer so schnell weg sein. Ich weiß, im Kellner ist noch mehr. Wir haben die Regierungsformen gewechselt in der Welt, mit seiner Diktatur, hat er gesagt. Mit dem demokratischen Brunnen, das ist ein Thema. Oh ja, ja, ein Thema ist doch gut. Ja, ne? Ich sag, oh Manni, wie sieht's denn aus? Vielleicht sollt ihr doch mal raus. Ich bin ja jetzt so groß, ne? Doch da rastet sie aus. Jetzt hat's doch keinen Zweck. Podimus weg. Da geht an die Stube, sind sie aufs Kanapé. Da fragt, wie geht's denn so? Ich sag, ja, nee. Und hab ich schon gehört, es hätt, der Meier wär schwul. Hab ich noch nie aus schlimm, wenn ich sage, nö, ich find das gut. Ich sage, ja, nee, Mann, Herr Lehmann. Ich sag, ja, nee, Mann, Herr Lehmann. Nee, nee, nee. Pavilion Zigaretten und hartvoll Liebe. Der Geschicht für den Mindestlohn und hartvoll Liebe. Und einer soll seinen Garten abschneiden. Das macht man doch nicht. Heute stehen wir nicht auf. Heute bleiben wir im Bett. Heute gibt es Kaffee und Liebe. Mh, mh, mh.